im kreis gelaufen ooooh was habe ich denn da wo ich kann nichts mehr aufnehmen ähhhhh Tin und das ist wahrscheinlich ähm ähh Saphir ok wir werden ein paar mehr Öfen brauchen oh lol hier ist einfach mal ein Loch ok die blitzen wir einfach mal durch die Steine durch auch nicht schlecht oh komm her du Kackeskelett hier ist deine hässliche Rüstung kannst du mir gar nichts aber bist du jetzt da wo ich vorhin war nein ich bin ganz woanders ist das so Wasser nein hier bin ich ganz woanders ok ich bin ganz am Ende der Schlucht ach so oh Gott ich hab auch in Spawner ich bin definitiv am Ende der Schlucht ich hab grad irgendwas hingelaufen oh ich bin fast tot ich hab ein halbes Herz ich hab ein halbes Herz wieder am Arsch warum sehe ich das nicht also ich bin's nicht oh ich hab was Alter ich hab immer noch ein halbes Herz nö wir haben aber schon zwei Herz nö 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 das ist immer ausgeleuchtet jetzt ist es ausgeleuchtet jetzt ist es ausgeleuchtet brauchen wir Kakaobohnen nö ich glaub nicht mehr dann erstmal glaub ich nicht wo hängt das mal zu haben auch bisschen was hinten angreift was ist denn das? hattest ne Flähemaus Ich bin mit Eisen voll. Dich hat gerutscht. Jetzt noch ein Eimer. Jetzt bin ich schon wieder hier. Was ist das? Das sind zwei verschiedene Erze. Das eine ist Silber und das andere ist Nied. Brauchen wir wahrscheinlich beides, oder? Ähm, bestimmt irgendwann mal, ja. Warum sind die gerade so viele Skelette? Ich habe mich bei einer zugebaut. Du musst schon außenrum ausleuchten, ja. Ja, will ich. Ich habe den zugebracht, aber ausgeleuchtet komplett. Ich weiß, für was wir Tint brauchen. Für diese, ähm... Für diese Energiezellen. Energyzell zum Bauen. Bauen wir Tint. Auch, ja. Ey, muss da noch ein Skelett. Passt das nicht. Was weiß ich noch von Feed the Beast. Wie? Was weiß ich noch von Feed the Beast. Ah, ja. Da war es ja auch so. Doch, ja, oder? Eingesammert? Ja, habe ich. Nicht in das Loch fallen. So, die sind gefährlich schön. Ähm... Schau, Zombies. Ach, die leben da unten noch. Ist klar. Mann. Für was brauchen wir eigentlich Quarz? Hallo, das habe ich ordentlich aufgefunden. Ich nehme es einfach mal mit. Mach das. Ich habe nicht gerade Platz mehr dafür. Okay, dann war ich gerade wieder was. Ähm... Hauen wir mal... Pfff... Tumal wir wegschneißen. Hier ist es auch Ende. Warum nicht, denn? Nee, Gold. Ach, wundervoll. Hä, wundervoll. Von wo kam ich denn bitte... Ah, von hier. Oh Gott. Hast du es probiert hier, oder? Nein. Doch, doch. Nein. Doch, doch. Super. Das ist ja wundervoll. Da ist ein Zombie hinter mir. Oh, 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 oh. Oh, da wird mir dabei schon über zwei Stück Kohle. Ich hält jetzt bei dem auch. Ja, ich auch. Das ist geil. Das ist geil. Schließen wir nicht hier runter. Oder ich schlag dich da runter. Alter. Ist klar. Ist klar, du scheiß Huchenbock, alter. Oh, das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. kohle 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 ich mach den stack jetzt noch voll und dann lass ich kohle liegen ja dann hab ich drei ich auch das wird dann hoffentlich erstmal reichen und wenn nicht man findet es sehr schnell und man kann schon sicherer machen wie nachdem gut und jetzt habe ich heute ein richtig hatten baum abgebaut durch die stadt wegkommt ich möchte noch hextet auf dem server alleine was glauben so allein ja wir haben gesagt was du sonst auf dem server manch jubi doch ist aber falsch mann nichts falsch klar warum kommt jetzt gravel runter mal kein gröbel da war ein paar japanen abbau und ohne doch das war knapp das kann ich nicht beurteilen ich war nicht dabei vor allem ich siehst du da sind so löchel im boden lauf einfach geradeaus weiter ich sehe die lichter von von den blitzen auf der map auf der mini map okay jetzt leckt es aber bei mir die ärzte werden wir dahin gemacht nun lecker und alte wenn er sich schon alles ausgenommen die klarer sieht aus wie die vor und nicht wie wie ihn es ist sie folgen alle wie spät ich das eisen russ krieg den nächsten wo du und dann ist der server und 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 und